Ja? Hey, kannst du mal mit ner Nerfband zu Karn ins Studio gehen und ihn nerven? Ich guck mal nach. Ist abgesch... Wer ist da? Ey, super! Jetzt hab ich mein Getränk verschüttet wegen euch! Warum wegen uns? Oh, Mann! Hey, Leute! Was geht? Kann ihr mit? Dann ja! Hello und? René, hallo! Und? Claudio! Hello! Leute! Wir müssen mal eins kurz loswerden, bevor wir starten. In letzter Zeit, und deswegen machen wir das heute auch schon wieder, macht das Zocken mit euch bei Among Us so viel Spaß. Deswegen gibt es heute schon wieder eine XXL-Folge und nächste Woche auch eine. Die nehmen wir jetzt hintereinander auf, aber wir wollten einfach mal wirklich Danke sagen für euch, weil das mittlerweile so viel Spaß macht und ihr seid so gute Among Us-Zocker. Deswegen wollten wir mal als Gruppe hier alle Danke sagen. Einmal bitte alle Danke sagen. Danke! Ja, es ist einfach viel cooler. Danke! Well done. Hello , hello. Hello Party, people. Okay! Das heißt, wir können direkt starten, oder? Yes. Yeah! Let's go! Biss gleich! Biss gleich! So. Das wird gut, sag ich euch! Okay. Okay. Gut, 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 gut. Mal gucken, wer heute so der beste Spieler sein wird. Wir haben ja immer so einen Tag, wo wirklich ein, zwei Spieler herausragen bei uns. Vielleicht wird es heute einer von euch sein. Mal schauen. Okay, Braun kam gerade von hier. Hier ist nichts. Jetzt, ich mach mal, wie viele Kabel sind das denn heute hier? Nein, 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 lass mich in Ruhe. Okay, ich mach mal kurz mein Download, aber ich finde, Download ist immer so kritisch. Da werde ich immer erwischt. Nein, bitte nicht, bitte, bitte. Okay, danke schön. So, ich geh schnell, oh, das ging schnell. So, wir starten mit unserer ersten Diskussion. Wo? Ja. Dürfte ich kurz was fragen, Freunde? Ja. René, was hast du in Weapons gemacht? Ich hab meine Tasks gemacht. Welche? Also, in Weapons hab ich keine gemacht. Ach so! Warte, warte, hier, hier. Ja, ich bin da hergelaufen. Darf ich sagen, kann? Ja. Sag doch. Ich hab meine Aufgabe gemacht mit dem Abschießen. René war nach fünf Sekunden, also er stande dort, war nach fünf Sekunden fertig und ist dann runtergelaufen. Kannst dir gerne das Video angucken. Ich hab gesagt, ich schau mir mal so ein bisschen, was Claudio macht. Also, ich hab erst den Müll entsorgt bei Cafeteria, das war oben rechts. Dann bin ich weitergelaufen. Ja, das stimmt. So Navigation. Und da hab ich auf der unteren Seite vom Cockpit, ähm, das Flugzeug entlang der Linie geführt. Bei Navigation? Genau. Aber du warst ja noch bei U2 zwischenzeitlich. Also, ich kann Holla auch, äh, genau, da hab ich Blätter in den Schacht geworfen. Also, ich will dich nicht sagen, aber ich wollte das nur halt anmecken. Du standest da, nach fünf Sekunden warst du weg. Ja. So wollte ich nur sagen. Also, ich skippe erst mal. Ihr skippt auch, oder? Ja, ja. Es gibt keine Indizien. Okay. Der war noch nichts gesehen. Du hörst mich nicht, Kahn, oder? Wenn ich so rede. Ja, normal nicht, aber wenn du schreist, dann hör ich dich. Ja, okay, nee, dann schreie ich nicht. Ja, war klar, dass mich wieder einer wählt. Äh, ich wollte einfach mal dazu sagen, ich war das nicht. Macht das Spaß, mich zu wählen? Hä? Okay, ich kann's verstehen. Ich spiel ja manchmal auch so. Also, ihr habt das ja von mir, deswegen. Alles gut. Und wenn ich hier meckere, also nicht persönlich nehmen. Soll ich mich tatsächlich? Oh, ja, ja, ja. Ja, als ob, René, denkst du, ich glaub dir das jetzt? Jetzt versucht er uns hier zu veräppeln. Also, bitte. Okay, könnte natürlich jetzt auch extra sein. Okay, was haben wir hier noch? Okay, was haben wir hier noch? Ich bin nur ein freundlicher Crewmate und mache meine Tasks. Taki-Taki-Tasks. Tasks-Tasks. Bitte kill mich nicht gelb. Danke. Kahn, hast du's gesehen unten links? Nein, was denn? Nein, da ist jemand aus dem Wind gesprungen. Okay, hab ich nicht gesehen. Sorry, hab ich nicht gesehen. Jojo war mit uns und Lena. Also, pink und gelb waren mit uns. Jemand ist aus dem Wind gesprungen. René ist das. Und Blau ist aus der Richtung gelaufen. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Blau ist von oben, äh, ist nach oben gelaufen. Also, Blau kam aus Weapons raus. Also, wir haben René immer noch. Wir haben blau und äh, grau kann ich eigentlich auch safen, also müssen es René und blau sein. Ja genau, René und blau, super. Würde ich auch sagen. Stimmt einfach nicht, dann nenn mir mal kurz einen Grund, warum ich sein sollte, nur weil ich ein paar Sekunden neben Claudio stand. Also ich würde erstmal blau machen. Ja, ich auch, weil er ist halt sehr, sehr blau-sass. Ich habe aber gelb wenden sehen, genau Kahn. Ich habe auch jemanden gerade raus wenden sehen, aber ich wusste nicht, wer das war. Ja, das war bei mir letztens auch so. Ich würde jetzt erstmal auf blau gehen. Ich sage blau. Also, es können natürlich auch ihr beide sein und ihr denkt euch gerade gegenseitig. Das einzige, was nur für mich dagegen spricht, ist, dass der Imposter oder die Imposter in dieser Runde bisher sehr wenig Sachen aktiviert haben. Kahn, es ist jemand gerade aus dem Wendt gesprungen. Ja, ich weiß, ich weiß es nicht. Dann müsste es René sein, weil wenn Jojo mit uns war, dann müsste es René sein von der Farbe her. Ja gut, dann warten wir jetzt auf René diese Runde, wenn es blau sein sollte. Wir können es gerne versuchen. Ja, sehr gut. Okay. Gut, es kann natürlich auch Claudio sein. Deswegen will ich eigentlich nicht alleine irgendwo hin. Oder gelb. Das sah so aus, als ob sie aus dem Wendt gekommen ist gerade. Das sah bei gelb aus, als ob sie aus dem Wendt gekommen ist. Hm. Okay. Ich muss tatsächlich sagen, also in dieser Runde, ähm, es sah so aus, als ob die gelb von Shields, äh, gewandtet ist und hochgekommen ist. Weil der Weg, den sie hochgekommen ist, sah so aus, als ob sie vom, äh, oder er vom Wendt gekommen ist. Könnte gut sein. Gelb war jetzt zuletzt bei Navigation. René war in Cafeteria, oder? Ja. Die ganze Zeit, weil ich mit meinen Aufgaben fertig bin. Also... Ich war bei Reaktor zuletzt und davor war, war ich bei Claudio. Claudio, du warst doch bei Security, ne? Kahn, du bist safe, du bist safe. Also nein, äh, dass du auch schreibst, dass die Leute das sehen. Ja, Kahn ist safe. Äh, René würde ich auch tatsächlich, ich würde halt auch wirklich auf gelb gehen, weil das ist eine helle Farbe, hochgewendet und gelb weiß meiner... Ja gut, es kann immer noch, es kann immer noch René sein, aber... Ja genau, René oder gelb halt. Dich und... Also für mich sieht es so aus, als ob gelb gewandet ist. Ja, gelb... Gelb gewandet? Weil der Weg sah so aus, als ob... Ich gehe auf gelb. Ich würde gelb voten, gelb, gelb, lass dich schnell auf gelb voten. Ja, ich glaube gelb oder self-report. Weil, vorhin meinte er ja noch, glaube ich, Lema oder das gelb gewandet ist. Nein, self-report ist es nicht. Nee, 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 kann es nicht, ich habe es auf Cam gesehen. Ähm... Also gelb und wenn es das nicht ist, schnell Dings und René. Ja, okay. Oh, sehr gut! Sehr gut. Okay. Wann sollen wir auf dem Play-Age machen? Ja, das macht keinen Sinn, ist sowieso schon wieder voll. Okay, okay, okay. Äh, ja, sehr gut. Also klar, René, sorry, aber... Du hast dich ein bisschen sus gemacht, weil du dich extra wieder laut gemacht hast und so. Das war wirklich auch so sehen. Ja, aber du hast ja gesagt, oh, das war knapp und so. Ja, war es ja auch für mich. Aber wir haben ja nicht aussprechen, dass du direkt... Ja, okay, gut. Fand ich auch extrem sus, René. Wer hat dich erwischt, äh, Dania? Äh, gelb. Ich habe in dem Moment gesagt, bitte töte mich nicht gelb und dann hat gelb mich... Äh, weißt du, ob gelb auch gewandet ist zufällig? Nein, das weiß ich nicht. Doch, doch, das muss ja gewesen sein, Cam. Aber du hast halt zu mir gesagt, dass er neben uns war. Deswegen habe ich gedacht, okay, er ist neben uns, also kann er nicht wenden. Runde Nummer zwei, ich muss sagen, Runde Nummer eins war schon sehr, sehr gut, Leute. Ja, aber nicht zu... Einfach... Ja, was, ich muss hier auch die Storys machen. Die Zuschauer sind wichtiger als du. Ja, okay. Nee, Karin, aber ich habe dich ja gefragt, ob Gelb bei uns war, weil ich war mir nicht sicher, ob es gelb war oder ob es dann jemand anders war. Und du meintest Gelb... Nein, aber Gelb war zwischendurch mit mir und, äh, grau unterwegs. Nee, Dania, wir streiten doch gar nicht viel. Wir streiten doch nur über die Runde. Ah, Dania Tee ist auch wieder dabei. Hallo. Ah, jetzt kann ich endlich Schokolade essen. Ja, oh, ja, moin. Waren wir nicht sogar schon mal zusammen im Poster? Hm, hm, hm. Okay. Okay. Jetzt bloß nicht verraten. Okay, Gelb hat es direkt erwischt. Wo? Ich habe reported bei Electrical. Ja. Wo genau? Äh, oben. Also, Electrical oben. Direkt neben dem Vent und da ist auch jemand weggevantet, aber ich habe nicht mehr gesehen. Leute, ich muss nur eins sagen. Ähm, gestern haben wir gezockt und Dania hat genau den gleichen Move gemacht. Sie hat die Lichter ausgemacht, aber ist dann nicht gevantet. René, wen kannst du zeigen? Wo warst du, René? Dunkelblau. Ich bin bei Navigation vorbeigelaufen und da war Dunkelblau. Also, Dunkelblau kann es bei Electrical nicht gesehen sein. Da waren drei Leute bei Navigation. Wer war noch dann? Dann habe ich die andere Person nicht gesehen. Aber ich habe auch nur... Ich war nev, okay. Lena war nev. Dunkelblau war nev. Ähm, drei Leute waren noch in Electrical. Also, das stimmt, dass jemand gewendet sein könnte. Also, wir waren gerade mit Anna unterwegs und Lena ist da ein bisschen oben geblieben, aber ich kann Lena eigentlich auch saven. Wo bist du gerade? Wir waren auf dem Weg, ähm... Ach, sag mal schnell. Ich war gerade bei Navigations, Download machen. Also... Und dann kam schon eigentlich... Bei mir ist Pink entgegengekommen auf der Höhe von Communications ungefähr, nach Shields. Ähm, und Pink kam aus der Richtung von Electrical. Muss nichts heißen, aber ich wollte es so gesagt haben. Ja gut, dann sind wir den Kill... Also, jetzt nur für den Kill... Danja, Danjas Tee und Ola verdächtig. Ja, aber Danja selber ist auch noch verdächtig. Ja, genau, sag's ja, Danja. Ja, du sagst, Danja Tee. Ne, Danja und Danjas Tee, beide. Ich... Ja. Ich habe gewartet. Ich sage jetzt nicht, was ich gewartet habe, aber... Ui. Nein, wir hatten es fast geschafft. Das war klar. Warum wolltet ihr mich rausvoten? Danja... Ja, aber sorry, es war gestern genauso deine Taktik, wo wir gespielt haben. Aber ich... Und auch wirklich von gestern. Ich weiß einfach nicht, was das soll. Als ob ich damit irgendwas zu tun hätte. Also, entweder ist es Danja und ähm... Ich werde diese Hunde dran glauben, weil sonst auch vielleicht der Imposter-Kollege mich raushaben will. Oder die Kollegin. Deswegen verstecke ich mich vielleicht hier so ein bisschen. Ja, oder doch nicht. Die war aber nicht mehr. Okay, äh... Ich habe Danja... Äh, äh, also... Nein, Pink, sorry. Pink, nicht Danja. Äh, Matt Bay. Matt Bay of Scan. Wo? Ich gehe davon aus, dass... Matt Bay of's... Auf dem Scan. Ich weiß, dass Danja T. auf jeden Fall... Also, grün kam irgendwo her. Und sie ist auch zu mir gekommen, aber ich glaube, sie hatte noch einen Kill-Cooldown. Ja, sie hat gerade geschrieben, sie läuft im Weg zu Nelly. Also, dunkelgrün. Ja, also, bleiben wir mit mir. Äh, Claudio, weißt du noch, mit wem wir bei Electrical waren? Ich glaube, das war grau und dunkelblau, oder? Anna und, äh, Ola. Ja, ja. Ola kann ich auch ausschließen, René. Ja, genau, weil dann können wir vier es eigentlich alle nicht gewesen sein. Weil das ja schon etwas weiter entfernt ist von Matt Bay. Ja, Line kann ich auch saven in der ersten Runde. Ich glaube, es ist Danja T., weil Danja T. kam in Admin rein, wo Lichter aus waren. Äh, beziehungsweise wo sie anging. Und, ähm... Ja, Kahn, äh, ich war in den Camps drin, ich hab auch gesehen, wie du reingelaufen bist, aber du hast circa drei Sekunden gebraucht, bis du die Leiche reportet hast. Also, als du drin warst, hast du noch drei Sekunden gebraucht, bis du die Leiche reportet hast. Das kann sein, weil sie unten war beim Scan, nicht oben. Aber es gibt ja unten keine. Also, ist okay, ist okay, ich sag's ja noch. Ja, es kann sein, also es kann sein, dass das Lernen gedauert hat, aber jetzt so auf die eine Sekunde hab ich jetzt nicht geachtet. Ich würde sagen, Danja... Also, ich sag, ich sag Dunkelgrün immer noch. Dunkelgrün ist erstmal jetzt... Ja, sie kam, nee, ich glaube nicht. Doch, ich glaube schon, dass Dunkelgrün in dieser Runde ist. Nee, sie kam ja nur aus... Außer Lime hat kaum jemand gesehen in der Runde. Wenn sie es nicht ist, kann es Claudio auch sein immer noch. Ja, doch. Okay. Okay, siehst du? Ich glaube schon. Boah, jetzt bin ich alleine. Okay, okay, okay. Der Kill-Cooldown ist halt auch ultra lang. Das Problem war, die haben mich jetzt halt eigentlich alle gerade gesehen. Oh, jetzt. Sehr gut, sehr gut. Okay, ich kann eigentlich hier meine Tasks kurz machen. Okay, ich kann eigentlich hier meine Tasks kurz machen. Ja, ja, komm mal. Hm, Claudio hat es auch erwischt. Wo? Ich habe es in Electrical gefunden, aber... Danja, sorry, aber was willst du jetzt mal zu deiner Verteidigung sagen? Du musst mich erstmal anklagen. Ja, aber guck mal. Für was muss ich mich vertreiben? Ja, okay, warte, ich kann Lime saven. Du konntest Lime auch saven. René konnte bisher Grau saven und Grau auch. Ja, und ich war auch gerade... Du bist die einzige Person, die bisher noch irgendwo immer nicht war. Danja, eine Frage. Wir sind ja zusammen von Lower Engine Richtung Storage gelaufen. Was hast du danach... Dann haben sich ja unsere Wege getrennt. Ich musste Karte swipen. Was hast du danach gemacht? Ich bin zu... Also, warte, genau, wir waren bei Lower Ender. Ja, ja, du bist es, du bist es. Dann waren wir bei Reaktor. Du bist es. Nein, ich war bei Reaktor und du warst nicht da. Ich war auch bei Reaktor. Nein, das stimmt. Wir waren zu viel bei Reaktor. Danach sind wir... Da war doch gerade Dings hier, Emergency Dings, Bums. So, und dann bin ich von Reaktor wieder zurück, weil ich da halt nichts gemacht habe, weil Claudio und du schon das gemacht hattet. Bin wieder zurückgelaufen, wieder unten lang. Dann bin ich über Storage zu Coms und dann bin ich da nach oben zu Medikation. Ja, sorry, das ist jetzt Standard. Einfach kurz sagen, die ganzen Wege ablaufen, aber davor die ganze Zeit erstmal nichts zu wissen. Für mich ist es Danja, sorry. Also das Ding ist, Khan hat gerade den ersten Imposter ja... Ja, und Grau hat mich auch gerade gesaved. Ja, gerade vielleicht, aber in den letzten Runden keiner. Ja, vorher hat mich Lime gesaved. Du hast einfach nur schon wieder Bock, mich rauszuwaufen. Nein, Danja, sorry, aber heute nicht. Ich mach das nicht einfach so. Na doch, du hast überhaupt keinen Grund dazu. Doch, natürlich hab ich einen Grund dazu. Nein, du hast null Grund dazu. Siehst du? Siehst du? Khan, den Begriff safe solltest du lieber nicht verwenden, weil dann denken die, sie ist safe. Ach so, okay. Ah, okay, ja, hast du recht. Entschuldige, entschuldige. Weil die haben gesagt, genau. Ja, okay, ja, sorry, sorry. Super Runde, super Runde gespielt. Danja, hatte ich recht mit meinen Vermutungen eigentlich heute? Nee, eigentlich nicht. Also du hattest zwar recht, dass ich es war, aber du hattest eigentlich gar keinen Grund dazu, das zu denken. Ja doch, ja doch, aber alle anderen konnten sich safen, nur du nicht. Nee, aber doch, mich hat ja Lime gesaved und Grau hat mich auch gerade gesaved. Ja, aber immer in den falschen Runden tatsächlich. Ja. Aber ich muss Khan diesmal recht geben, Danja, und ich bin eigentlich immer auf deiner Seite. Nee, also Grau hat mich gerade gesaved und vorher hat mich Lime gesaved. Ja, komm, heul woanders, heul woanders, Danja. Du hast mich gerade gefragt. Khan stellt eine Frage, kriegt eine Antwort. Heul woanders. Leute, das war eine super Runde. Und jetzt kommt schon Runde Nummer 3. Schnell, 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 kommt, kommt, kommt. Ich hab dir schon gepostet. Ja, dann schaffen wir das nicht mehr da rein. Das kannst du vergessen. Doch, doch, beeilt euch. Ja, gib den Code. A, F, nein, ihr seid zu spät. Ja, sorry. Oh, ich bin so blöd. Aber wisst ihr was, wir spielen jetzt, ihr könnt eine Runde Pause machen. Ich zock jetzt eine Runde mit denen. Ja, sorry, ich schmeiß die ja jetzt nicht raus. Ja, alles gut. Okay, viel Spaß. Viel Spaß. Sorry, aber ich lass auf laut, dann könnt ihr zuhören. Es tut mir wirklich, es tut mir leid, aber ich hab's gerade vercheckt. Du hast gut gespielt alleine. Es tut mir leid, ich lass aber auf laut. Alles gut. Danja. Okay, ich bin Crewmate. Sei nicht so sauer, du hast gut gespielt. Natürlich hab ich gut gespielt, aber Khan muss mich wieder random rausbauen. Das passt doch, wir können doch jetzt mal so einen Nachtalk machen nach dieser Runde. Was hat dich am meisten jetzt aufgeregt, Danja? Du, dass du mich random rausgebaut hast. Nee, ich sag dir ehrlich, ich bin auf deiner Seite, aber es war gut von Khan gemacht, also es war nicht random. Er hat doch immer gar keine Begründung gehabt. Doch, doch, doch. Ja, aber welche? Guck mal, erste Runde haben ja Khan und ich dich gesasst. Da haben wir dich schon gewotet. Aber warum? Aber warum? Ja, weil das wieder dieser Kill bei Electrical war. Genau. Und ich, Danja... Aber das war ich gar nicht. Ich hab bei Electrical nicht gekillt. Aber das war dein Kollege. Das kann gut sein, aber das war ich ja nicht. Genau, weil wir konnten in der ersten Runde circa fünf bis sechs Leute saven. Und wenn einer weg ist, dann sind wir schon auf sieben, dann sind nur noch zwei oder drei Personen übrig. Ja, aber ich hab doch trotzdem den Kill bei Electrical gar nicht gemacht. Ja, aber... Ja, aber... Ja, gut, das kann sein. Oh, er ist da Dead Buddy gefunden. Ich muss mich ja mal kurz konzentrieren. Ihr könnt weiterreden. Ja, genau. Aber zum Beispiel den Kill in Mad Bay, den hat ja auch nicht Dunkelgrün gemacht. Wir haben Dunkelgrün rausgevortet, das war es ja auch dumm. Verstehst du? Aber ist egal. Hast du ja schon den Kill bei Mad Bay? Das war ich. Genau. Es war einfach gut gespielt von dir und von Khan, weil hätte dein Kollege dir ein bisschen geholfen, dann wäre die vielleicht vorangekommen. Oh, hat sie. Sie hat dann, als ihr sie rausgevortet hattet, hat sie, ähm... Dann war sie sehr smart. Der zweite Kill war Electrical. Ja. Ich glaube, das war blau. Oben, genau. Bist du eigentlich danach gewendet? Ich bin danach gewendet, ja. Sie hat zugemacht und ich bin dann rausgewendet. Und dann hat sie quasi Reaktor, glaube ich, angemacht, damit alle dort hochgehen. Also es war ziemlich gut. Sie hat quasi... Ach, dann lag blau da schon die ganze Zeit. Ja, der lag da schon super lange, ja. Deshalb habe ich mich auch gefragt, wie ihr da überhaupt drauf gekommen seid, dass ich das gewesen sein könnte. Ja, dann, äh... Ich war ja leider schon, äh, weg. Ich war ja weg vom Fenster. Ich konnte ja nichts mehr sagen. Ja, meine Theorie war ja, dass du das gemacht hast, nachdem wir Reaktor gefixt haben. Nee. Das war davor. Dann war das ein bisschen Pech für dich. Ja. Aber es ist auch schwierig dann ja, wenn du alleine gegen sieben Leute oder acht Leute spielst. Ja, aber guck, das ist mir auch schon ziemlich oft passiert, dass ich random als Impostor rausgevotet worden bin. Ja, das stimmt. Das regt einen auf. Ich weiß, dass das einen aufregt. Ja, weil man übervorsichtig ist und eigentlich nicht in dem Moment sass war, aber dann sagen die Leute, du bist sass, so. Genau. Und dann, ähm... Und dann stimmt's auch noch und es nervt dann so, weil man weiß, nein, ihr habt mich gerade aus den falschen Gründen rausgekriegt. Ja, ja, genau. Ich bin es, aber es waren die falschen Gründe. Ja, aber es war gut gespielt von allen drei von euch, also muss man ehrlich sagen. Es war gut gespielt. Ja, komm, Claudio, ich sag, du hast auch nicht schlecht gespielt. Ja, ich wurde einfach beseitigt, ich konnte nix machen. Na gut, die Leute wissen mittlerweile, dass ich nicht gerne mit dir zusammenspiele. Mit wem? Mit dir. Warum? Ich hab Claudio doch gerade gekillt, hä? Ja, weil du nervst, das sag ich. Hey Leute! Komm, du kannst das nicht. Ich bin übrigens dafür, dass Kahn mal Christina Aguilera singt. Ich auch. Ihr zählt so einen Durchfall wieder. Kannst du uns den Gefallen mal tun irgendwann? Ich muss mich konzentrieren. Ja, also ich würde es total gut finden. Nein, Danja, ich weiß, was du machen willst, wegen dieser Challenge. Kommt nicht in Frage. Nein, du wirst draußen tanzen. Nein, ich will doch, nein. Oh, halt doch die Klappe, ich will da nicht dran denken. Ähm, Kahn, wenn er das Intro macht, dann hat er ja immer dieses rollende irgendwas, was ich nicht nachmachen kann, was ja keiner kann. Und das klingt wie Christina Aguilera, wenn sie singt. Und deshalb möchte ich, dass du das mal machst. Ja, bitte. Ja, okay, mach ich irgendwann mal, wenn ich Lust drauf habe. Also nie. Candy Money! Hä? Candy Money! Also ich muss sagen, bisher läuft die Runde ziemlich gut. Ja, für dich läuft es gut. Bist du Imposter? Nein, nein, ich bin Crewmate. Okay. Hast du schon eine Ahnung? Nein, gar nicht. Aber Kahn... Ich habe Lime. Lime? Können wir dir... Lime, was hast du in, äh, Leck? Ja, Danja. Können wir Kahn eine Farbe geben, die er so sassen muss, also die er so ganz aggressiv loswerden wollen muss? Boah, Nede. Nein, das ist doch jetzt nicht fair. Wir kennen doch, das sind doch unsere Zuschauer. Ja, gut, das stimmt. Das sind keine Fremden. Und Kahn spielt momentan so, also er spielt momentan, wenn er ernst spielt, dann macht das Spiel auch mehr Spaß. Das wäre trotzdem lustig. Ja, weil sonst macht er immer diese Random Words, weißt du. Okay, ist das, wir worten nicht raus, dann ist immer einer weg. Aber... Also Lime hast du jetzt gesagt, ist das? Kahn? Ja. Okay. Ja, sorry, ich muss Lime jetzt einmal doch voten. Ja, mach das. Warum entschuldigst du dich dafür, wenn du Limes hast, findest, dann ist das doch dann das Spiel. Daniel, ich hab dich übrigens zweimal gevotet, also letzte Runde. Ich war mir halt sicher, dass du es bist. Was mit dir? Ja, du wolltest es ja auch im Endeffekt, ne? Ja, aber... Was machst du eigentlich die ganze Zeit? Du bist so ruhig. Das ist ja nicht... Ja, gut. Ich hab aber nicht verraten, dass ich nicht gevotet hab. So fair war ich immerhin. Also fair kann man das ja nicht nennen. Ich hab übrigens nebenbei Schokolade gegessen, die Schokolade, die ihr mir geschenkt habt. War voll gut. Ey, super! Jetzt hab ich mein Getränk verschüttet wegen euch! Ja, warum wegen uns? Oh, Mann! Deswegen hab ich nix gesagt, damit sowas nicht passiert. Könnt ihr nicht mal ruhig sein einfach? Nein, wir haben doch gesagt, wir unterhalten uns jetzt. Okay, merkt euch, Orange läuft hinter mir. Was, ob das was bringen würde? Okay. Wir kommen jetzt nicht. Nee, nee, nee. Die letzte Runde voten war Orange raus. So, lass mal kurz, lass mal kurz die Instagram-Story machen. Voll witzig, er hat das gerade gesagt. Das ist so witzig. So hört ihr euch an. So hört ihr euch an. Wenn gar nicht stirbt, dann warst du... Wie Idioten! Ja, schon. Aber wie idiotisch war das gerade, dass du uns das mitgeteilt hast? Ja, einfach nur, damit, falls ich gleich nicht weiß, wer mit mir war, dass ihr das wisst. Weil ich vergesse das ja immer schnell. What? Achso, damit du das... Jetzt sagen wir alle extra blau. Ja, damit ich weiß, okay, wer war mit mir. Dann könnt ihr sagen, ja, Orange war doch mit dir. Okay. Kein Orange war mit dir unterwegs. Also es sind noch beide Impostor drinne und es wird ziemlich schwierig. Macht das eigentlich Spaß so, nicht zu spielen und nur zuzuhören? Es geht, ich würde lieber mitspielen, muss ich sagen. Ey, jetzt wurde schon wieder hier... Immer wo ich bin, werden die Türen geschlossen. Frag dich mal, warum. Nein. Der Teil mit dem ich hier spiele, ist übrigens ein Tastaturreinigung. Och, Danja, damit... Davon hat kein... Keiner hat danach gefragt. Ja, aber ich habe trotzdem die Antwort gegeben. Es ist wie in der Schule. Niemand will es wissen, aber ich sage es trotzdem. Kannst du auch so sagen, ja, Leute, das, was ich hier gerade mache, ist atmen. Ne? Also, für alle, die es interessiert. Checkt mein Insta ab, da atme ich auch. Ja. Ich atme ab und zu auf Insta. Oh, Claudio wurde gefunden. Was für Claudio wurde gefunden? Welche Farbe hat Claudio immer? Lila? Also, wir müssen diese Runde jemanden voten, weil es zwei Imposter noch gibt. Grün. Oder Lime sind für mich Sass. Also, für mich sind Grün und Lime Sass. Ich gehe jetzt erstmal auf Grün. Ja? Hey, kannst du mal mit einer Nerd-Band zu Karn ins Studio gehen und ihn nerven? Ja, kann ich machen. Aber ich glaube, er hat abgeschlossen. Ach so. Ja, aber ich probiere es mal. Das wäre total... Ja, das wäre total witzig gewesen. Ja, ich guck mal nach. Ja, guck mal nach. Ey, ich glaube, Lime und Grün sind es, weil die beschuldigen sich jetzt auf einmal gegenseitig. Ist abges... Wer ist da? Ist das Claudio gewesen? Wahrscheinlich. Ist abgeschlossen! Was ist? Mann, nerv nicht. Claudio, du bist es. Ich weiß, dass du es bist. Ich nehme... Lass es doch, Mann! Das ist so eine Nervensäge. Wie geht's, Karn? Gut. Was war das gerade, Karn? Was? Was war das gerade? Was war was? Warum du gerade so rumgeschrien hast. Weil Claudio mich genervt hat. Das glaube ich dir nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe mich doch... Ja, okay, dann warst du es nicht. Bianca kam gerade bei mir rein. Ja, okay. Wir sind aber gleich mit unseren Aufgaben fertig. Hey, Leute! Herzlich willkommen bei... Ich spüren mit mir! Keine money! Karn? Karn, was machst du? Es bringt nichts, Daniel. Ich versuche ihn zu nerven, aber er ignoriert es. Ach Mann, ist voll sad. Ja. Yay, wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Leg dein Handy weg! Es ist doch weg, Lena! Ja, aber gerade nicht. Ja, das stimmt auch. Anna! Leg du doch dein Handy weg! Ja, ich muss die Story machen! Let's go! Ja, ich bin doch... Ja, ich bin doch... Dann krieg dir die Sache raus. Na, ich bin doch voll. Ja. Ich finde die Sache... So, dann gehen wir doch mal zu O2. Ich habe bisher tatsächlich nichts gesehen. Ich weiß auch nicht, wer in diese Richtung gelaufen ist oder wer nicht. Nein! Gut gemacht, nicht schlecht. Nicht schlecht, muss ich sagen. Selten hat jemand so sehr verdient. Links müsste er irgendwo beseitigt worden. In O2? Dunkelblau war gerade bei O2. O2, das kann nicht. O2? Nee. Das kann nicht sein. Ich glaube, Visuals sind aus, oder? Ja, Visuals sind aus. Aber das kann nicht sein, dann ist es ja dunkelblau. Ja, glaube ich auch. Also, ich kann hellgrün und orange ziemlich sicher ausschließen und alles andere weiß ich nicht. Da lag sicher nur zu, weil ich bin da vorbeigelaufen mit, du bist glaube ich nach unten oder nach oben gelaufen, und dunkelblau war da. Ja, ich bin nach oben gelaufen. Genau, du warst bei Navigation, ne? Ja. Ja. Also entweder du oder dunkelblau. Wir könnten auf dunkelblau gehen. Wir könnten auf Claudio gehen. Dania, ähm, was für eine Task hat dunkelblau gemacht bei O2? Weißt du das noch? Ich glaube, der Trash. Die Lichter waren aus, Dania, das weißt du, oder? Nein. Die waren vorher nicht aus. Doch, doch, Dania, die Lichter waren aus, als ich dunkelblau entgegengelaufen bin. Das weißt du, oder? Ui. Nein, die Lichter waren nicht aus. Die Lichter sind wahrscheinlich spiel aus, ich habe Download gemacht oben drüber. Ja, okay, das kann sein. Das kann natürlich sein. Bis gleich. Ähm, aber ich tippe eher auf Claudio. Weil er das die ganze Zeit nicht gecheckt hat, dass die Lichter aus waren. Weil ich meine, ich wurde erwischt, wo die Lichter aus waren. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, Claudio. Aber ich habe jetzt auch kein, ich muss jetzt erst mal meine Tasks machen. Okay, let's go. Äh, electrical. Ah, und orange. Äh, pink, electrical. Oben. Hä, niemand hat Dania gekillt. Nee, du warst nicht in Camps, oder? Ich war in Camps. Äh, Braun war bei Camps. Woher warst du das? Weil sie es gerade geschrieben hat. Achso, okay, ich dachte du jetzt. Gut, ich würde bei dunkelblau bleiben. I don't know. Also ich habe jetzt bei electrical niemanden gesehen. Wir müssen jemand, also dunkelblau müssen wir rausvoten. Wenn Karneno 2 beseitigt wurde, dann ist es dunkelblau. Und den müssen wir rausvoten. Ja, oder halt du. Nee, warum denn nicht? Weil du auch dort warst. Auf gar keinen Fall, Dania. So was passiert. Es muss dunkel... René, verträume bitte. Es muss... Woh... Bist du... René ist draußen. Ach, René ist weg? Auf jeden Fall ist es dunkelblau. Wenn es dunkelblau nicht ist, dann bist du es, Dania. Das Problem ist, ich kriege die halt schlecht auf meine Seite. Ja, wie auch? Ich bin's ja auch nicht. Ja, dass du jetzt jemanden gerade gefunden hast, ist auch so Sache, weil... Vielleicht ist es auch mit dunkelblau zusammen. Nee. Hm. Ich glaube schon. Kann ich mir gut vorstellen. So, dunkelblau ist es auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ist es Claudio oder ist es Claudio? Und wenn es nicht Claudio ist. Wer ist es dann? Please open the gate. Wer hat denn jetzt hier schon wieder das Licht ausgeschalten? Was soll denn das? So. So viele Tasks heute. Ich bin hier ständig mit Hannah eingesperrt. Why is that? Warum ist schon wieder das Licht aus? Okay, jetzt ist es wieder an. Hä? Sorry. Okay, Tasks sind alle fertig. Dann kann ich ja jetzt... Ich muss... Ich drücke dann ja. Wegen? Ähm. Redest du? Danja? Ja. Ich musste drücken, weil Lights ging ja aus. Ich stande noch... Also die Lights ging aus. Orange war ja in den Camps. Du und Hannah sind runtergelaufen. Die Lights ging dann aus. Orange konnte eigentlich nur nach unten laufen. Oder in... Oder in Camps. Weißen gibt es das Problem. Und dann war er nicht mehr. Und ich wollte jetzt meine letzte Task bei Electrical machen. Und bevor ich jetzt da hingehe und dann von Orange erwischt werde... Wo habe ich jetzt auf den Knopf gedrückt? Lights. Du warst da aber nicht. Also du saßt jetzt quasi Orange. Ja, ich tipp Orange, weil... Ähm. Lights ging aus. Ich bin nach oben ein bisschen gelaufen, weil ich mich schon entfernen wollte. Dann bin ich aber... Bin ich umgedrückt. Also er kann nicht nach oben gelaufen sein. Das heißt, er muss nach unten gelaufen sein. Aber da war er nicht. Da war nur Hannah und noch jemand. Das heißt, er muss rüber gewendet sein. Und bevor er jetzt sich im Vent versteckt und dann mich eliminiert... Ja, möchte ich jetzt nicht. Also Lime sagt Orange war bei Electrical. Okay, dann habe ich mich vertan. Dann nehme ich alles zurück. Dann können wir skippen. Dann auf Claudio. Warum denn auf Claudio? Ja, weil du gerade Mist erzählt hast. Ja, wartet aber lieber nicht jetzt, weil sonst haben wir verloren. Ist ja nur noch eine Task. Und die hatte ich gewartet. Alles gut, wir haben gewonnen. Du hast nur noch eine Task? Los, geh die machen. Boah, Claudio, jetzt mach doch deine Task, Mann. Das ist einfach Claudio. Das ist einfach Claudio. Sehr gut. Okay, es war doch keiner von uns. Das war orange, oder? Ja, ich glaube schon. Genau, orange und dunkelblau. Ja, Claudio, ich dachte tatsächlich, du bist es. Weil hast du nicht gemerkt, wo ich tot war, dass die Lichter ausgegangen sind? Nee, ich habe dich ja nicht gesehen können. Ich habe ja nicht so eine Range. Ja, aber weil die Lichter ja ausgegangen sind. Dann hättest du mich ja gar nicht sehen können. Ja, ich weiß. Ich habe dich auch nicht gesehen. Ja, aber weil du gesagt hast, ich war bei O2 und so, aber du bist halt an mir, also ich war ganz in der Ecke bei O2. Nee, 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 ich habe Fragezeichen geschrieben, in O2-Fragezeichen. Ich war ja ein bisschen verwundert, weil ich müsste dich ja dann gesehen haben, weißt du? Ja, aber die Lichter waren ja aus. Ich war selber verwundert. Viel Spaß. Okay, bis gleich. Bis gleich. Immer nur Crewmate. Wieso? Okay, die beiden sind jetzt bei Weapons, Pink und René. Ich glaube nicht, dass die beiden faken. Claudio läuft ein bisschen rum. Kam jetzt gerade von hier. Könnte eine Taktik sein, hier was zu machen und dann abzuhauen, die Lichter aus, und dann kommt keiner in diese Richtung. Okay, die Lichter sind schon wieder aus. Ich muss jetzt schnell zu Matt Bay. Hat man doch gerade bei mir. Okay. Okay. Ich muss tatsächlich sagen, also ich war bei Admin und habe den Download gemacht, beziehungsweise den Upload, sorry, den Upload. Ähm, Grau war auch gerade bei mir. Aber, boah, wer war noch da? Jetzt musst du dich daran erinnern, war denn Danjas T bei dir? Weil sie hat ihn reportet. Ja, ich habe nichts gesehen, weil dieses Download-Upload-Fenster so groß ist, sieht man ja nichts. Und, ähm, das Licht ging ja wieder aus. Ja. Deswegen kann man da nicht sehen, das ist das Problem. Also ich habe nicht gesehen, wer da reingekommen ist oder rausgegangen ist. Ähm, du, René und noch jemand waren ganz am Anfang rechts, damit er nicht vorbeigelaufen. Äh, Pink, 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 Finja. René und Pink haben, glaube ich, Weapons gemacht. Ja, und du standest oben an Download, glaube ich. Oben hat halt den Download gemacht für Admin. Und dann bin ich erst zur Navigation, da kamst du mir entgegen. Ja. Daniel, wo warst du? Ich habe dich nicht gesehen, aber du hast mich auch nicht gesehen. Also jetzt zuletzt war ich bei Matt Bay. Deswegen ist es, glaube ich, relativ schwierig, jemanden zu safen oder zu verdächtigen. Äh, ähm, war jemand mit dir mit, bei Dania? Äh, ja, Lime. Hat Lime noch schon geschrieben. Okay. Also ich muss erst mal nochmal skippen, sorry. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, ich habe jetzt auch gar keine Idee. Ich habe auch zu wenig gesehen. Ja. Haltet die Augen offen, ne? Gut, ich, starke, also hohe Wahrscheinlichkeit, dass es einer von uns ist. Ich versuche jetzt meinen Upload hier fertig zu machen. Okay. auch eine Möglichkeit, nicht einfach einzusperren. Recht. Jetzt kam gelb von hier. Okay. Ach, Claudio, war klar. Hm, ja, okay, hätte ich mit rechnen können. Hätte ich mit rechnen können, aber gut. Gut. Schilds und O'Toole noch. Okay. Kahn. Danias Tee würde ich ausschließen, sie war lange mit mir. Also ich kann, also ich kann gerade niemanden ausschließen, weil ich erstens Reaktor... Claudio, was hast du gemacht, nachdem wir zu dritt bei Security waren? Bin mit Danias Tee nach oben gelaufen. Danias Tee war mit mir die ganze Zeit. Also wirklich, wir waren die ganze Zeit aneinander. Sie schreibt es auch. Na gut, es gibt auch noch zwei Imposter. Ihr könnt es auch natürlich beide sein. Könnten es sein, aber... Bei mir ist es aber unwahrscheinlich, dass sie sich gegenseitig die ganze Zeit... Genau, nee, nee. Ja. Danias Tee ist auf jeden Fall nicht... hätte ich mich jetzt auch überrascht. Das Problem ist halt, René, wir waren ja zu viert oder zu fünft sogar teilweise. Also Pink schreibt gerade, Blau war in Security. Security. Ich war mit René und noch drei anderen in Camps, da war keiner auch noch dabei. Dann bin ich da rumgelaufen mit Danias Tee. Und René, wo bist du hingelaufen? Ich bin, ähm... Boah, wo bin ich hingelaufen? Bei Storage entlang zu Weapons, da hat Dania mich auch am Ende gesehen, weil ich da meine letzte Aufgabe hatte. True. Also es hätte natürlich sein können, dass du ihn vorher gekillt hast und dann quasi weggelaufen bist, aber dann müsste er halt schon relativ lange dort gelegen haben. Das hätte schon am Anfang sein müssen. Also Dania kann ich... War Lime mit dir, Dania? Ja, ja, Lime war jetzt am Ende mit mir und zwischendurch auch immer mal. Dann Finja, Lena und Anna. Also die drei. Das ist eine schwierige Runde. Ich würde aber noch skippen. Wir sind acht, Leute. Wir können uns das doch erlauben. Jo. Aber ich würde halt Finja, Anna... Ui! Nee, gut, dass wir geskippt haben, sonst werden sie jetzt raus. Ja. Na gut, vielleicht ist es das auch. Vielleicht ist es das. Nee, glaube ich. Also schwierig. Ach, Claudio. Ja, raus mit dem Trash. Ey, Finja, ne? Don't you dare. Wo ist Claudio reinversprungen? Das ist ein Buggy. Es war so klar. Es war so klar, dass der das ist. René liegt vor Camps. Self-report. Nee. Nee, ist kein Self-report. Wie würdest du darauf kommen? Weil du in die Richtung gelaufen bist. Wie bitte? Ich war einmal mit Pink, ich war mit Lime. Und du bist in die Richtung gelaufen gerade. Ja, bin ich, aber ich bin es halt echt nicht. Ich glaube schon. Ja gut, dein Self-report. Ich glaube, es war ein Self-report. Oder war noch irgendjemand dort? Nee, ich bin da hingelaufen. Dann bei Camps war es. Ich verstehe aber nicht, wie du auf mich kommst. Weil du dort lang gelaufen bist gerade. Und weil René auch da gerade lang gelaufen ist. Ja, aber warum denn... Daniel, du hast keine Begründung. Also nenn mir doch einen Grund. Weil du dort lang gelaufen bist. Weil ich doch gerade gesehen habe, wie du da rausgegangen bist. Und als du aus Electrical raus bist, hast du es nicht ausgemacht. Hä? Warum soll ich denn... Du bist ausgegangen, als du aus Electrical rausgegangen bist. Und warum bist du da nicht zurückgekommen und hast es angemacht? Sondern bist weiter hochgelaufen. Ja, Daniel, weil die zwei Leute da schon hingelaufen sind. Warum musst du denn noch da hinlaufen? Sorry, das macht aber keinen Sinn. Das kann ja sein, dass wir Imposter sind. Nee, sorry. Das macht echt keinen Sinn, Daniel. Doch. Das macht... sorry. Hey, Action Audio. Hey, Action Audio. Ja. Naja, du kleiner Dreckiger. Ich hab schon... Ja, ja. So dreckig wieder gespielt. Hab ich mir... Hab ich mir schon gedacht, dass ihr beiden das seid. Du übelster Frechdachs. Ich hab es gesagt. Und hatte ich recht? Hast du... hast du René gekillt? Natürlich. Nee, der lag einfach. Der lag einfach. So, letzte Runde. Schon wieder cool, mate. Ey. Wie... Einfach heute kein einziges Mal... Imposter. Ich wette gleich, wenn wir die Map tauschen. Für die nächste Folge. Ich wette, dann bin ich wieder drei, vier Mal Imposter und ich kenn mich auf der Map nicht so gut aus. Ich wette aber auf jeden Fall... Ich werde mir auf jeden Fall... auf jeden Fall, wir Richmond gehen mit der Map nicht so gut aus. Ich wette mir doch denn das neue Wege. Ich fette jetzt mal den Astro-Biff-Biff, warte... Ich fette trotzdem schon mal die Mudk. Ich wette mich immer aber schon mal die Zoll-Biff, dieãos her. Und dann bin ich immer noch einmal die Zoller-Biff. Ich fette nur die Zoller-Biff. Ich spiele ja immer noch die Zoller-Biff. Vibe ja noch mal die Zoller-Biff. Wenn man jedenfalls hat die Zoller-Biff. Auch, ich mache meinen, fast jetzt. Das ist meine, es ist so gut. Nein, Dania, wieso? Wieso? Das war auch gerade gar nicht mal so gut, tatsächlich. Weil alle eigentlich gesehen haben, dass ich dort war. Ja, Dania kann sich ein Stumm, da kann es eigentlich nur Dania oder Braun sein. Wegen? Weil du und Braun mit Kahn zuletzt waren. Warte kurz. Also ja, Dania. Dania ist gerade zu Schieds gegangen. Von wo kam Dania? Ja, ich war im Koms. Ja, ja, also ich bin von Storage über, wie heißt es, Schieds, dann nach oben gelaufen. Und dann zur Cafeteria. Also, Braun ist also ein bisschen sass, Dania ist ein bisschen sass. Außer Gelb hat recht. Aber vielleicht ist Gelb auch der andere im Buster. Nee, dann, es ist Dania. Warum? Es ist Dania. Was? Das macht keinen Sinn. Das ist jetzt deine Rache, dass du jetzt einfach wieder ohne Begrüßung hast. Warum save ich denn jetzt Gelb? Weil das Problem ist, ich habe gar nichts gesehen. Weil ich super lange mit Gelb unterwegs war. Nein, René, schau mal, René. Ich bin nach unten gegangen in Storage, habe meinen Müll abgelassen. Kahn, Dania und Braun sind mir entgegengelaufen. Braun sagt, er wann kommst. Dania ist mit Kahn und Schieds weitergelaufen. Das heißt, es kann nur Dania sein. Ja, warum? Weil du mit Kahn weiter nach oben Schieds gelaufen bist. Außer Braun lügt, oder? Nee. Also, es kann nur Dania sein. Es kann nicht nur Dania sein. What? Ja, außer es ist Braun, aber Braun... Sorry, Dania. Siehst du, Braun sagt auch sorry, Dania. Nee, wieso sind es beide... Nee, ach, achtet drauf. Nee, es kann nur Dania sein. Für mich macht es gar keinen Sinn, dass es jemand anders ist. Nee, es kann nur Dania sein. Runden heute noch? Ich glaube auch. Ich mach hier meinen Tag. Ich mach hier meinen Tag. Ach, pink ist es. Ah, okay. Pink und dann ja. Okay. 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 Kannst du es bitte sagen, René? Was meinst du? Nein, also ich kann Gelb und Danja relativ gut sichern, weil ich fast die ganze Zeit ähm... Wo? Bei Navigation. Ja, genau. Gelb schreibt es auch schon bei Navigation. Genau, also die beiden können es eigentlich nicht gewesen sein. Dann haben wir noch und ich hab auch Taskbar gesehen. Die hat sich auch bewegt bei euch. Danke. Ähm, pink, Danja ist ausgeschlossen, Claudie ist ausgeschlossen, René ist ausgeschlossen, das ist schon mal vier, braun. Du hast in Claudie ausgeschlossen. Du sagst das einfach so selbst, dann hast du das übernimmt. Ja, das stimmt. Weil ich netten war und weiß, wo die ganzen Leute waren. Ich würde ja nicht wissen, dass sie zu dritt... Wo wurde denn eigentlich die Leiche gefunden? Ich bin überhaupt nicht mehr da. Äh, Upper Engine. Ich suche das gerade auf. Ah, okay. Upper Engine. Und war da jemand in der Nähe? Nee. Ich war in Elekt... Äh, Admin. Also, braun sagt gerade blau war bei Upper Engine. Pink, Sack, braun oder blau? Also, abgesehen von den beiden, also, gelb und Danja, könnte ich mir irgendwie immer noch alle vorstellen. Aber ich glaube, braun war ja gerade ein bisschen verdächtig schon, ne? Nee, er ist ja mit mir zusammen auf Danja gegangen. Das macht Sinn. Was macht Sinn? Ja gut, Danja kann natürlich der andere Impostor sein. Das geht natürlich. Aber... Ich bin mir immer noch sicher mit Danja. Das macht absolut Sinn. Ich check es nicht. Ich check es nicht. Ihr läuft zu dritt nach... Du hast doch sogar mein... das Task-Ding sich bewegen sehen. Was wir doch gerade gesagt haben. Ihr läuft zu dritt nach Shields. Braun biegt den Komsab. Du läufst weiter mit Kahn nach oben. Kahn ist weg. Genau. Der Kill müsste fünf Sekunden halt sein. Du bist in fünf Sekunden nicht... Also, naja. Ich hab, by the way, geskippt. Weil ich es nämlich bin und dich nicht einfach irgendwen raushauen will. Äh, lelelelelelä. Ich hab das Gefühl... Ah, ich hab das Gefühl, es verliert. Weil keiner bei O2 ist, glaube ich, oder? Claudio ist dort gewesen. Ach, Leute. Hier laufen jetzt so viel an Gruppen durch die Gegend. Ja, es ist pink. Hast du es gesehen, oder was? Rene, äh... Daniel, was sagst du dazu? Ich weiß es nicht. Ich hab grad René gefragt, ob er es gesehen hat. Okay, alles klar. Ja, also, ich weiß, es ist Aussage gegen Aussage. Aber, ähm... Und das ist natürlich auch klar. Aber... Was sagst du dazu, Danja? Das ist 100% pink. Ja, wenn René es gesehen hat. Aber Pink sagt, du bist du. Ja, natürlich sagt Pink, weil Pink weiß ja auch, dass ich reportet hab. Aber, Danja, du warst doch zusammen mit, äh, drei Leuten, ne? Aber Pink hat doch reportet. Pink hat doch reportet. Ja, ich war, äh... Oh, dann war Pink sogar schneller. Mit Gelb. René, wo lag, ja? Das war, ähm... Also, ich bin pink hinterhergelaufen nach Lower Engine, weil ich meine Task gemacht habe bei Reactor. Und das war zwischen Lower Engine und Electrical. Ja, also, ich könnte mich natürlich auch gerne als erstes reporten, aber dann werdet ihr es sehen. Und dann müsst ihr aber definitiv direkt danach pink reporten. Weil, ähm, es sind, glaube ich, immer noch zwei Imposter. Und sonst wird es echt schwierig für die Crewmates. Okay, erst Pink und dann... Danja, du bist doch aber mit Pink gelaufen und mit Gelb, oder nicht? Ja, aber Pink ist ja weggelaufen. Ich war mit Gelb länger. Also, es könnte schon sein, wenn er jetzt mit René unterwegs war. I don't know. Ich hab keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Pink. Danke. Ich hätte auch René los werden können. Ah, ich dachte... ... Sorry. Sorry, 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 sorry. Aber ich muss Claudio wieder auf meine Seite ziehen. Ich den immer nicht erwische. Danke schön. Ah, oh, schade, Danja, schade, Danja, du bist stumm, Danja, was ist los? Ich sag die ganze Zeit, also, Danja, sorry. Schon in der ersten Runde warst du richtig, Claudio, mit deiner Vermutung. Ihr habt die Tasks fertig gemacht, ne? Ja, weil wir auch alle fleißig sind. Aber krank, Danja wird sauer, weil ich sage, dass sie ist, weil sie mit dir war, das stimmt doch, hä? Ja, das war richtig. Das war total richtig. Gut, okay, Leute, das war's hier. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal, es hat mal wieder super viel Spaß gemacht. Ihr seid richtig gute Spieler, muss ich sagen. Also, besser als wir tatsächlich. Das ist doch nicht schwer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss.